alle owner seid okay er soll folgen Leute jetzt muss er der folgt uns jetzt wir müssen einfach nur zum Käfig gehen ach so ne Dennis du willst ihn er reiten ne mh und behut sein nicht so hart ne rechtskick machen und dann einfach cool zu uns kommt und in den Käfig damit weiter mit 8 lächeln wieso stoppt es ist kurz das ziel von nun und ich bin und ich bin er kann dann besuchen wir weiter damit sie sich an der Kostock aus dem Ort wird aus der Ruhe oder ich brauche nur essen es habe ich komme einfach Leute ich schwert auf dem Rücken was ist damit guck mal wer warst damit ich schwert flackert da so nein nö ich habe kein Essen wo ist das wir flackert das voll ach so kannst du ja gar nicht nehmen nein da noch ich hab's schon hast du komm ja okay let's go Leute Dallas du kommst auch mit ohne Crash was machst du denn da muss ich jetzt das bestreiten oh mann oh mann man darf nie shift und rechts click auf den Schokopo machen so ich sag dass der stehen soll ach so hörhörhörhör okay Kevin dann let's go ähm wir haben den ja da vorne gesehen vielleicht für den Baumwolle fertig ah nee wir haben ja schon das reicht ja äh wir haben schon einiges wieder gefunden Kevin einige an Sachen aber ich glaube erstmal alle ein eine Farm erst bauen damit wir äh auch die blauen bekommen und so blablabla äh hier haben wir nur Pferde gesehen ne ah ne hier vorne ist ein Schoko äh Schoko ah ein Männchen sogar perfekt hey wie sieht man das oh 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 ah der hat kein Band oh 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 Creeper Creeper oh oh warte mal kurz ich bereite mich vor mit dem Ding warte ich ich den Ding warte kurz ich bereite mich vor ein Creeper ist mies oh ja wie der Feuer ich muss den Zweier zweimal boom okay und jetzt äh zücht scheiße ich hab keine ich hab nur noch zwei äh Gizal hat jemand Gizal äh was ist das ja das ist diese Rübe da warte sie hab ich auf den Hinweg gesehen warte ich renne zurück ja kannst du nicht ich hab das Schoko besitzen sollst du ja auch nicht du sollst einfach zu uns kommen oder ne ist ja egal hol einfach Gizal aus dem ähm und komm zu den alten Spawn da wo der ähm ähm Tower ist wie heißt der Tower ähm Gizal ja das ist diese Rübe ein Heckenschützer schießt mich ab Hilfe wie viel brauchst du 10,20 ich hab einer Gizal ähm Samen nein Gizal wie den Bauern Hübschen Wir haben Blackberries Wir haben S Baries und wir haben Blubberist ohe ist Trinkgo kommst du denn es ja auch wirklich noch mehr in die kisten hier ist noch ein nein verdammt ich hab ja ich hab einen großen satz gemacht bei mir gerade auch ich finde nur nicht den und nein das schoko befolgt mir jetzt na dann musst du mit verdammt komm jetzt schnell ich so gut ich so gut dieses geschehen ich bin gerade wieder bei dir und welche kiste ist oder grüber explodieren sich nicht da wo die pferde sind ja nur ich brauche die saal und hier ist kein wieser leider sein wir sagen ja und wir haben auf der form die sind nee ich hab's aber doch nicht also du musst mir fertiges geschehen weil ich habe gehört ja das ist fertiges denn wo was mal wo ist das hin da drinnen die ski sal green ja da hinten kommt ich hab durchs fahrt aus den grauen wo seid ihr ja da wo das wo der boss war der erste boss von uns so gott zusammen fertig links von unserem links oben von unserem dorf ein bisschen links da wo dann diese kaputte tun ist dieser green dinge verdammt jetzt ist weg das ist so ärgerlich kommt schnell komm alter dieses gelbe fiecht ist folgt mir und die dunkel läuft bei uns und wenn das jetzt nämlich weg ist ja wohin rennten er du redest die falsche richtung ja jetzt richtig ja siehst du und zupfen der kokobo und ich ja lol ist da ist noch an ja komm dennis ich komme komm du währst wird es der leiter ich wollte mich hinziehen so gib mal das sind das ist hier das da hier da ich habe ich nur einen ja und habe ich noch so ist ja aber nur als mit einem wir haben aber wenig geht es geht hundertprozentig nicht jetzt müsst ihr den bewachen leute bewacht den bitter einer muss den bewachen kevin du bewacht den anderen okay den laden liegen sei ja damit kann man kinder 20 prozentige chance dass man bessere kinder bekommen kevin du bewacht den anderen ich erholten sei und der dennis den einen ich glaube auch wieder hoch ich tippe mich dann einfach ein das ist jetzt mühselig wenn ich jetzt da hinten gehe und dann wird zurück und bla 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 wenn ich schieb es gerade durch die gegend damit sich wegschwimmen wir wollen ja geh rein geh rein perfekt geh rein äh unser ähm schokobohne das ist gleich weg ich muss dir mal kurz sagen nein das einwandern das eine viel ist weg da ist der grüne finsch wieder du sollst da unten bleiben und nicht dichte peen was da ist doch die seite ich hab's doch hier gefunden in den kisten wutte fügt ähnlich weg hüfen geh nach oben so schoko kommen jetzt rein schau sch sch pferd stirb 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 ach die schokobos teleportieren sich wenn sie in ein unmögliches leute ich habe auch ein pferdefleisch bekommen pferdefleisch lasagne ich habe ein herz bekommen pferdeherz pferdeherz immer noch lasagne diese lasagne pferdefleisch lasagne ach so ey guck mal das gelbe ding kommt nicht raus ich hab's in die ecke getrinkt ich hab's eine vier hier gefunden das steht hier auf dem raum wie nennt ihr das hier etwa das ist auch ein menschen das ist auch ein menschen ja jetzt ist es wohl am fall habt ihr jetzt zwei gefunden oder was ja ich bringe den einen hier grad in da ja ich quetsch grad ein ich quetsch zu uns ich dräng das auch nicht rüber nein nein hier ist total wieso finde ich hier keine gysal mehr weil ich weiß jetzt nicht ob ich für 15 pro stück reich ich habe jetzt keinen bock dass ich wiederum noch mal laufen muss aber ich finde kein gysal mehr nein jetzt ist es ein wort wir haben wer hier vorne direkt am haus habe ich nicht folgen gekillt gar nicht egal ich tp mich jetzt einfach zitieren bei mir ist es ganz schlecht okay dann zu mir nicht geh ich jetzt da rein so warte kurz du musst ja gehen du musst ja gehen dennis wenn die im Wasser sind kannst du dich schieben ich will mir schnell chokopedia und meine gehorcht mir nicht das ist der hat doch schon wann nein das ist egal guckt das video gleich an der soll folgen und der wird dir folgen ach doch ich komme jetzt mit zu euch ich schieb das mit rein na jetzt hat er schon ach hat schon jetzt muss ich denken ja der hat ja das rote halbzahlen jetzt sage ich dass er folgen soll und jetzt müsste er uns folgen heute eine sich nicht ins Wasser doch wir gehen mal ja die folgen perfekt die werden uns die werden sich glaube ich auch tp'n wenn wir schnell gehen ja ich sehe es lol ich habe eine Feder bekommen das eine fährt eine Feder verloren ja die verloren an dauernd Fehlern verloren damit kannst du auch eine Rüstung machen ne eine Federrüstung das ist ganz rüstig dann bist du so ein Küken das habe ich im Tutorial angezogen wen verfolgen die dir oder mir ja ich glaube mehr also owner sind eigentlich alle sooo dann die laufen dir hin also korrektlich funktioniert nicht nur auf das Viech du musst ja auch mit dem Schokopädia machen du gib mir eins wieso habe ich das nicht du hast ein Schokopädia der hey der andere der gehorcht die glaube ich dir Kevin komm mal zu ja nein wo ist das ja das hier sollte meiner sein bekomme ich so ein Schokopädia ja das ist in der Kiste drin eins ok oder ich müsste das craften aber ich habe keine Ahnung äh ich ja doch ich kann dir sagen wie die man in craftet wenn ihr wenn ihr keinen findet ach der soll doch jetzt kommen warum kommt der denn jetzt nicht hä nein da ist ganz mehr in der Küste ja ok ich sag dir wie in craftet ok ok ja weil da eine steht jetzt eh ihr braucht Tintensäcke Bücher Lapis Lazuli und Schoko Bohfeder und Goldnaggette aha also auch wenn es auch so ist immer noch aus oder so äh Kevin dann äh mach manche Schokopädia wow das braucht man ganz schön viel wie gesagt das ist die Sachen die ich brauche äh die ich gesagt habe naja da gehe ich jetzt ins Messer eine Feder habe ich in meine Wuchse ne noch nicht in Leder wir müssen züchten Kevin das ist jetzt das Wichtigste das bedeutet sich dass wenn ich das Feed nicht steuern kann ähm jetzt guckt ihr euch äh die ups äh das Video an von mir und Tintensäcke 20 Minuten und äh in der Zeit werde ich dann die Gysal äh Gysal richtig äh Farmen Speedfarmen ok aber dann richtig gucken bitte ne wir sind die einzigen in dem Spiel nicht schlimm doch mal haben wir den Kisten auf wir sind näher Sakura Sakura Sabling ah Sakura ist geil haben wir kein Buch Buch äh hier guck mal hier vorne haben wir ein Buch ok wie jetzt muss ich gucken wie man das craftet oh ein Gold Nugget brauche ich noch oder warte kurz äh Dennis guck doch erstmal das Tutorial an Moment ich möchte aber zuerst erstmal schlauer Gold haben wir das schon mal gut kann ich mir ein Gold Nugget machen ich habe jetzt neun Gold Nuggets braucht jemand noch eins ey du sollst das Video angucken jetzt macht das keinen Sinn weil das überhaupt nicht verstehen wirst ja Moment die Musik ist ein bisschen laut mhm guck ihr jetzt mhm ich würde nicht mehr ich würde nicht mehr ach so geht mal offline sonst seid ihr dann nachher tot ich kann dagegen nichts machen na Slash Kick komm sagst du uns versteckt habt ihr mich wahrscheinlich nicht gehört nicht mehr ich kann euch noch mal alle oder auch nicht mehr oder 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 nicht mehr oder ich kann euch Vielen Dank. 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 Nice. 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 könnte ich eigentlich auch dort 22 war das bei mir auch mal solche Leute sollen gebannt werden immer ich hab den geblockt einfach nur und dann noch reporter dann kann alles muss sein wie reportet man ein Kanal geben, melden und dann sagen Cybermobbing Belästigung oder so oder mein Sprachkader, mal im Buch melden, mitzummelden da muss halt noch angeben was im Kommentar so geschrieben hat welches gesperrt sein, bla 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 Gefährdung für den Kinder mal, das ist einfach mal die gucken das nämlich nach Belästigung und Cybermobbing weiter ähm, Sicherheit und Belästigung und Cybermobbing Belästigung und Cybermobbing Anweser hat meine Videos gestohlen Anweser gibt meine funktionischen und Daten, der Webseite Allerzer belästigt mich auf der Webseite einnutzung die Europäer meine um mit ihm ein Land über ein Notzuhl er fasst Grabstein kann man ja gar keinen Namen reinschreiben doch kurz ja ähm, ein Nutzer belästigt, belästigt hä, was ist mit du musst Cybermobbing auswenden wo steht das? keine Ahnung weiß ich noch nicht mehr keines der Probleme trifft zu nein Hassrede gegen eine geschützte Gruppe nein, das ist ganz unten nein, das ist ganz unten ja Belästigung und Cybermobbing ja, das ist es glaube ich ja, Belästigung, ja Belästigung auf jeden Fall dann kommt ein Nutzer hat meine Videos gestohlen ein Nutzer gibt mir auch personenbezogene Daten auf der Webseite weiß ein Nutzer belästigt mich auf der Webseite auf der Webseite meinen sie bestimmtes YouTube-Nach ja oder ein Nutzer attraktiv oder beleidigt einen Prominenten nee das ist ja einfach nur Belästigung da was du da auswenden musst ja, mehr ist da ja nicht da ist nur Belästigung ja, du sollst ja auch Belästigung auswenden ich hab mich aber ein Nutzer belästigt mich auf der Webseite Punkt aus warte du musst halt auswählen ah oh ich kann schon gleich alle Kommentare von ihr melden und dann werden die nach ein paar Stunden gesperrt so ähm weder bis zu 20 Video Kommentare aus du brauchst die Auswahl das kommt ne also da musst du einen Haken rein machen deine Maus und vor allem man hört die Maus richtig scheiße sorry aber deine Videos sind langweilig weiter suchen weiter suchen ok das wars schon ähm ähm und wie er sich freut dass er twitter hat ey da haben sie alle drunter geschrieben ja weil das ein Hater ist es interessiert keinen ja weil das ein Hater ist und der hat das bei jedem Typen wieder bis zu 3 Hütterorten aus warte so ja da geht's ja nicht wieder bis zu 20 Kanalkommentare aus habe ich beide da gab es auch eine Nutzung blockieren durch das Blockieren von Nutzung und deine weiter Anmerkung was ist da geschrieben hm 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 ich habe geschrieben was er da so macht ich habe geschrieben ähm er hatet ne er belästigt mich in dem der keine Ahnung er hätte ich mich nicht mehr in dem der irgendwas macht und im Umkreis auch irgendwie bla bla und so hm hm ja das ja guck Bei Vielen Dank! Wir setzen jetzt noch Prüfungen, da ist uns, falls nötig, die entsprechenden Maßnahmen erreichen. Vielen Dank, dass du den Beitrag für Sicherheit die Hilfe bereitest. Und dann bekommst du nach ein paar Stunden Leben. Wenn du noch mal wechselst. So. Ich guck weiter. Dann lass mich nix mal das Vieh ziehen, dass ich auch so ein Buch bekomme. So. 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 So.